Herzlich willkommen zur ultimativen Kaufberatung für alle, die auf der Suche nach dem perfekten Gastischgrill sind. Heute zeigen wir dir, wie du nicht nur Zeit und Geld sparst, sondern auch Frust und Enttäuschungen vermeidest. Denn wir kennen die fünf entscheidenden Eigenschaften, die dein Gerät haben muss, um dir das beste Preis-Leistungsverhältnis bieten zu können. Die meisten Menschen denken nicht darüber nach, aber das erste Geheimnis, warum dein Gastischgrill versagt, liegt oft in der Qualität der Brenner. Billige, minderwertige Brenner können ungleichmäßige Hitze liefern, was zu unzureichender Garung und ungenießbaren Mahlzeiten führt. Denke daran, dass die Qualität der Brenner die Essenz deiner Grillkreationen bestimmt. Um dies zu vermeiden, solltest du beim Kauf deines Grills auf hochwertige Brenner achten. Informiere dich über die verschiedenen Materialien und Konstruktionen, um sicherzustellen, dass du ein Modell wählst, das eine gleichmäßige Hitzeübertragung gewährleistet. Eine Investition in hochwertige Brenner wird sich langfristig auszahlen und deine Grillkünste auf ein neues Niveau heben. Ein weiteres Geheimnis liegt in der Regulierung der Gaszufuhr. Zu viel oder zu wenig Gas kann das Gleichgewicht der Hitze stören und deine Grillpläne in den Ruin treiben. Profis wissen, wie wichtig es ist, die Gaszufuhr präzise zu kontrollieren, um perfekte Ergebnisse zu erzielen. Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deines Grills sorgfältig durchliest und die richtigen Einstellungen für die Gaszufuhr verstehst. Experimentiere mit verschiedenen Einstellungen, um das optimale Gleichgewicht zu finden, das deinen Grillbedürfnissen entspricht. Eine regelmäßige Überprüfung der Gaszufuhr während des Grillens kann ebenfalls helfen, unerwünschte Schwankungen zu vermeiden und ein gleichmäßiges Garergebnis zu gewährleisten. Der dritte Grund, warum dein Gastischgrill katastrophal versagt, könnte in der Reinigung liegen. Eine vernachlässigte Reinigung kann zu verstopften Brennern und unangenehmen Geschmacksübertragungen führen. Ein sauberer Grill ist ein effizienter Grill und Profis nehmen sich die Zeit, ihn nach jeder Verwendung gründlich zu reinigen. Um dieses Schicksal zu vermeiden, solltest du nach jedem Grillen eine gründliche Reinigung durchführen. Entferne Essensreste und Fettablagerungen von den Brennern und anderen Oberflächen deines Grills. Verwende geeignete Reinigungsmittel und Werkzeuge, um hartnäckige Verschmutzungen zu lösen. Eine regelmäßige Wartung deines Grills wird nicht nur seine Leistung verbessern, sondern auch seine Lebensdauer verlängern. Hier kommt ein weiteres Geheimnis ans Licht. Die Platzierung deines Grills kann einen großen Unterschied machen. Wusstest du, dass Windrichtung und andere Umweltfaktoren die Leistung deines Grills beeinflussen können? Profis wählen ihre Standorte sorgfältig aus, um optimale Bedingungen für ein erfolgreiches Grillen zu gewährleisten. Um sicherzustellen, dass dein Grill die bestmögliche Leistung erbringt, wähle einen Standort, der vor starkem Wind und anderen Witterungseinflüssen geschützt ist. Berücksichtige auch die Belüftung, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten und die Gefahr von Rauchansammlungen zu reduzieren. Eine strategische Platzierung deines Grills kann dazu beitragen, konsistente Ergebnisse zu erzielen und unerwünschte Grillpannen zu vermeiden. Zu guter Letzt, aber vielleicht am wichtigsten, ist die Wartung deines Grills. Regelmäßige Inspektionen und Wartungen können Probleme frühzeitig erkennen und verhindern, dass sie sich zu größeren Katastrophen entwickeln. Ein vernachlässigter Grill ist ein Risiko, dem kein Profi ausgesetzt sein möchte. Um sicherzustellen, dass dein Grill jederzeit einsatzbereit ist, plane regelmäßige Wartungstermine ein und führe Inspektionen durch, um potenzielle Probleme zu identifizieren. Halte deine Grillkomponenten sauber und gut geschmiert und tausche verschlissene Teile rechtzeitig aus. Indem du deinen Grill richtig wartest, kannst du seine Leistung maximieren und unerwartete Ausfälle vermeiden. Nun, da du über die fünf wichtigsten Eigenschaften eines Gastischgrills informiert bist, hast du die Möglichkeit, eine fundierte Entscheidung zu treffen. In der Videobeschreibung haben wir dir eine Auswahl an hochwertigen Grills verlinkt. Falls du Inspiration für den Kauf eines solchen Gerätes brauchst, kannst du gerne mal reinschauen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere hilfreiche Tipps und Produktbewertungen zu erhalten. Wir sind hier, um dir bei der Auswahl der besten Produkte zu helfen und sicherzustellen, dass du stets die richtigen Entscheidungen triffst.